Rudolf der Rhein-Ost-Rendner wohnte im Gemeindebau er hatte keine Kinder und auch keine Ehefrau wenn er nicht schlief, dann trank er Bier und Rum und Terpentine Rudolf hasste alle Menschen und keiner mochte ihn eines Tages kam Santa Claus und er nahm ihn mit Rudolf hat das nicht behagt doch er wurde nicht gefragt keiner von den anderen Mietern hat ihn jemals mehr gesehen Rudolf der Rhein-Ost-Rendner ist seit jenem Tag ein Rehn Ho, ho, ho Rudolf Wo, ho, ho Frohe Weihnachten! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020